Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Shellshock Live, heute mit dem... Ich muss mir bedaunen, dass ich einen Level 100er verpasst habe. Zumindest mit dem Beons. Mit dem Crazy Dragon und dem Fake Meister. Um erstmal wieder alt und liniertreu zu bleiben. Irgendwie scheinen die dich nicht zu mögen. Die scheinen die euch nicht zu mögen. Also so anscheinend. Ja. Wir teiern uns den Schaden, Digga. Ach, kein Nive. Oh, ich sollte vielleicht auch erst mit dem Konforter aufmachen. Versuch nicht mit Konforter zu spielen. Nein! Nein. Okay, ich weiß nicht, was los ist, aber nein. Es... Ja, ich... Ich könnte gefragt, ob ich noch Erdwärten möchte. Natürlich, ja, Erdwärten schmecken gut. Erdwärten tut. Nein! Nein! Oh! 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 Ich sag nie nein zu irgendwas von der... Äh... Wer von uns macht hier den meisten Schaden? Ja, oder von uns ist hier der Bürriff? Der Bürriff? Oh! Wieso denn? Soll ich... Oh! Wieso denn? Wir sind im falschen Spiel! Hä? Ne Biel! Er kennt wenigstens die Anspielung. Oh! Dafür krieg ich aber Post-Wert. So, ich will nicht, dass ich gerade meine Niveau steckt hier. Ja! Und ich krieg Post-Wert. Genau. Postkarte. Ja, du kriegst Post-Mort und eine hinten rein, also... Ja! Oh! Da steht er ja drauf. Oh! 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 Ja, direkt vor deiner Nase ist ein Halbäckchen! Oh! 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 Oh. Oh! 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 Ja! Oh hey weißt du was, du kriegst erst mal ne Sniper Wann hast du denn was er brauchen könntest? Mit Double Dage Ich hoffe das hilft Nimm du Double Damage Nimm du auch Double Damage Das ist ja so Wann doch ganz gut so Hoho Wir sind da hinten auch noch Oh der steht perfekt Zominat, du stehst perfekt Würde ich dir nur mal gesagt haben Warum? Ich habe ohne Sub Sniper Okay Das bot mich? Du triffst ja eh als Okay das bot dich und der macht mich Nein du triffst ja zum Glück als erstes Dann kann ich ähm Die Waffe einsetzen Dann werden wir ihn halt gern drum bringen Weil ich muss Das hat sowas schon wenig Fragen gemacht Ja, bei mir auch Why me? Ähm Wer sagt ähm Crazy könntest du mal das auf Englisch schreiben Ich kriegst du ein Zombie Wir haben heute auch richtig Spaß TDS Und Was denn Was denn Die Folge glaube ich schon wieder nicht Direkt Im Freund nicht Ich geh auf die hinteren Ihr beide macht den hier vorne Der auch Boah Wieso? Wieso? Wieso machst du uns mehr Schaden? Nein Ja Den ganzen Tag machst du schon so ein Mist mit mir Nicht den ganzen Die ganze Zeit nicht mehr spielen die vier Stunden So lange spielen wir auch noch nicht Na Wir spielen erst seit Äh Crazy und ich spielen so lange schon Achso Dachte jemand Mich Nein Echt? RIP Echt? Hab ich? Ich hab nicht drauf geachtet Sinnvoller als was er gemacht Ja Sorry Al Also Wir haben noch ein 5 Spieler Sorry So viel Legion Alle in meinem Team Hehehe Ich hoffe die gucken das wir nicht wollen Oh man I'm going down Die sind dann Shit es wird nur noch ein guter Sooo Oh ich hab noch eine Disco Kugel Ich hab noch eine Disco Kugel Ver- Ver- Ich Hehehe F- I actually hope so F- F- I actually hope so So please Go Ja Dauern Dauern Ich bin zu bl- Hehehe 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 Ich bin nicht dein Feind Hehehe 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 Oh man Kriegt er denn das jetzt irgendjemand hin? Hehehe 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 Geht nicht recht Ich bin so blöd Na komm Noch schlimmer kann es nicht werden Aber jetzt Da wird wenigstens einer noch von uns Jetzt kriegt er den Bumper und die Adracheleine Drei Drei Ja Ich mach Ja jetzt Ich hab sie noch 46 Alles kann mich jetzt nicht ruhig Ja Ja Oh Mann Und die Leiden haben immer noch volles Leben Ich weiß, dass wir die Runde verkacken werden Ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben 2 in 8 Von wegen alles kann nicht umgehen Die haben beide getroffen Beides hat nicht umgehen Ja Komm schon, ich hab nur noch Scheiße Ich hab nur einen Schatten Es ist auch Schatten Actually nicht Ich hab nur einen Schatten Du hast einen Schatten Ja, der trifft. Wem lasse ich mich diesmal bedanken? Diesmal hat er immer geschafft und rumgeschickt. Feindl? Ja. Ja, aber... Aber bei niemandem. Weder bei Freund noch bei Feind. Das viel mehr beweist, dass du noch ein größerer Idiot bist als ich. Und ich hab nicht mehr Konkurrenz. Na, bist du immer noch sauer? Ich bin sauer? Ich bin Fuchsteuswitz. Da kommt die Abkühlung. Wir haben immer noch nie geküssen gekickt, den Typen umzubringen. Besser als Fuchsteuswitz will der Typen wie ich machen? Selbstmord. Nein. Ach, sind die dumm, ey. Leider. Äh... Oh... Ich hab was Gutes. Ich hab was Gutes. Godraise? Nein, Broker Madness. Ich hab nicht gekauft, dass du Godraise gehabt. Erlöst ihn! Geben! Ja! Nicht mich! Jetzt nebbel ich nur noch Waffen. Der Rest ist mir egal. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Pizza zuzig! Ich treff mal wieder Nixon! Ja! Ja! Es riecht verführerisch nach Essen! Ja! Oh, ich treff aber wenigstens. Beide. Trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht. Trifft nicht treffen. Eventuell. Ah! Die trifft. Ich bin nicht ein tolles Tier, weil wir schon mal den machen. Päckchen holen! Oh! Daneben! Der ist ja immer noch lebt. Mit 15 Leben. Also 10 Leben und 5 Panzerungen. Alles gut. Ach. Oh. Oh! Oh! Ja, ja, ja. Er ist weg. Dank. Jetzt kann er nämlich nacken. Nee. Geh erst mal Brut pissen. Ich denke jetzt auch Blut pissen. Puh. Ja. Das wäre erstaunlich. Ja, zweimal 110. Ist doch was Schönes. Ich mach den hinterher nur noch witzig. Hm. Du? Hey. Ich hab ne Mini V. Genau. Ich kann ihn mit nem Rainbow versuchen zu erwischen. Mega Rainbow. Ja. Ja. Ich hatte ja seine Route. Das ist es ja. Musst du nur ein Stück nach hinten fallen und dann war's das schon. Und er wird natürlich noch versiegelt. Ja. Kannst du dich fassen? Ja. Genau so mag das Babs davon. Ja. 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 Er hat schon einiges wieder abbekommen. Falsche Waffe. Heavy Taser. Alter das ist Stufe 2. Ja. Ja. Endlich kann ich die mal. Ja. Endlich kann ich die mal. Einen. Guck. Ja. Ja. Der größte hat 3. Und ich nehm auch noch ne Shellshock Trio. Ich schließe mal auf die. Mittlerweile kann ich ja sogar schreien. Wenn der Ding garantiert, ich kapiere es nicht. Ein Leben. Ernstlich? Ja, schon wieder. Hashtag, ich hasse ein Leben. Kannst aus dem Bild rausschießen. Ja, genau. Schreibt das mal in die Kommentare. Du kannst aus dem Bild rausschießen. Der ist 100%. Der ist totes, weil er sich nämlich selber tötet. Geklick. Okay. Und der macht crazy. Oh, Mann. Oh, Mann. Das hat er ganz in der Mitte gekriegt. Das geht nach hinten. Ja. Ja. Wer ist das? Starfire. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hast du noch was zu sagen? Nee, ist die Folge schon zu Ende? Ja, die Folge ist zu Ende. Ja. Wie schmopp. Dann sage ich bald Tschüss. Bis zum nächsten Mal.